Sonntagnachmittag in Zürich, lange musste man darauf warten. Gut, die Saison ist erst vier Runden alt, aber man konnte den ersten Heimsieg realisieren. Man gewinnt gegen Lausanne mit 4 zu 0. Er macht zwei Tore oder zwei Tore in einem Spiel. Das ist gut für mich, wie ein Stürmer und das ist gut für die Mannschaft. Mit den ersten zwei Spielen war ich sehr unzufrieden und ich wusste, ich muss eine Reaktion haben. Es waren keine einfache zwei Wochen für mich, es war alles ein bisschen schwierig, aber langsam sind wir besser eingespielt. Wir haben jede Woche sehr hart gearbeitet und hatten sehr lange Trainingseinheiten und das hat sich ausgezahlt. Aber gleichzeitig war es die erste Zeit und es gibt noch sehr viel zu tun. Ja, ähnlich. Das tut wirklich gut für die Köpfe hier in der Mannschaft. Nach einem guten Start in Luzern, das zweiletste Spiel. Wir waren auch selber überrascht und ich denke, wir haben heute gezeigt, dass wir da sind und wir haben gut gearbeitet. Wir müssen das erst einmal genießen und dann weiterarbeiten und in diese Richtung gehen. Wie kommen! Wie kommen? Das ist es nicht so schlimm, wir brauchen sogar überrascht! Ja, versch ICE ответone. Das ist nicht so schlimm, wir haben.